Melodien aus dem dritten Mann, darunter das Harry-Lime-Thema aus der Feder von Anton Karras. Dazu begrüßen wir den immer wieder gern gesehenen und gehörten Zitter-Virtuosen Klaus Waldburg. Kein Import aus den Alpenländern, sondern aus Nordrhein-Westfalen, aus Essen-Isser. Das spart dem WDR dann auch viel Reisekosten. Danach Songs um einen meiner Lieblingsschauspieler, vom Stummfilm bis zum vollendeten Tonfilm, von der Wiege bis zur Ware, 1889 bis 1977, Charlie Chaplin. Sie hören aus seiner Notenfeder, Smile aus Modern Times, Eternally aus Limelight und Love, This Is My Song aus dem Streifen Die Gräfin von Hongkong. Alles gesungen von Ingrid Barth, Metze Soprano. Und begleitet vom Kölner Rundfunkorchester unter Günther Seibert, der jetzt schon zittert wie Herz in Gelee, um den Zitterer Klaus Waldburg auf seiner Zitter begleiten zu dürfen. Melodien aus dem Skat-Film Der dritte Mann. Bitte sehr. Applaus 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 Amen. 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 Amen.